Gut, ich stelle dir jetzt ein paar Testfragen. Bereit? Ja, können losgehen. Du bist im Zeugenstand und der Staatsanwalt fragt dich. Ted, sehen Sie sich selbst als Mensch. Einspruch. Stattgegeben. Einspruch kann der Zeuge nicht erheben. Abgewiesen. Unterbrechung. Schuldig. Spekulation. Hör unsagen. Gerichtsdiener. Aktenkauf. Achtung. Insrichterzimmer. Keine Zeugenbelästigung. Keine weiteren Fragen. Wir könnten voll die Anwälte sein. Bang.